Hallo! Willkommen zurück bei Ultimate Chicken Horse Florian vs. Sibolos Runde 3. Ja schön da, bist du da rechts? Hey Punkte ausgleich, guck mal. Ein Rätsel, das muss ich mir kurz anlucken. Ich will Punkte, Punkte, Punkte! Ja egal, geh mal. Komm Florian! Ja komm schon! Ah, nein! Das geht noch gar nicht los, der fällt schon runter. Haha, Eis, das hast du sicher noch nie gesehen Florian. Jaaaa, fick dich! Nein, ich komm nicht hoch! Oh, nein, nein! Oh shit! Oh. Fick dich! Alter, du bist so ein Wichse, du kannst doch nicht da hin machen. Ferdas! Nein! Tschüss! Oh! Wie komm ich da drüber jetzt? Gar nicht! Ja! Wie komm ich da drüber? Gar nicht! Ahhhh! Au! Los, fahr! Voraus! Oh! Au! Ich stoße mit meinem Kopf ein... Alter! Scheiß Iglo! Hüpf rein, du Fotze! Nooo! Ohoho! Oh! Nein! Nein! Jetzt muss ich warten, bis das scheiß Ding zurückkommt. Ahhhh! Ahhhh! Oh, Scheiße! Haha! Uh! Nein! Ja! Huiiii! Hahaha! Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Oh! Ah! Passt! Escherlich! Scheiße! Fuck! Iiiihihihi! Arschloch! Jetzt ist kein Durchkommen mehr, glaub ich. Oh! Oh! Oh. Warte mal, kann er da unten auch mitfahren, stimmt. Pschhhh! Nein! Nicht dein Ernst, oder? Du Fisch! Nein! Fisch, ich! Oh, war das knapp. Ohohohohohoho! Ja. Schön. Was machen wir jetzt? Hehehehe! Na komm Florian. Na los Florian, du schaffst es. Na nicht abhauen. Los Florian. Fast, fast Florian, fast. Na, das ist ja nett. Nochmal Florian, komm. Ja, brav, ja. Scheiße, warum stübst du nicht einfach? Scheiße, wie kommt die Kanone da jetzt her? Willst du mich verarschen? Das darf ich zwar, oder? Scheiße, wie komm ich da jetzt drüber? Nein. So, nicht. Nein. Ja. Du bist so ein Piss, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Kann die Bombe auch passieren, wie hinstell das nichts heißt? Ich glaube nicht. Scheiße. 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 Ja. Ja. Go zu Florian. Go zu Florian. Go zu Florian. Bo zu Florian. Bo zu Florian. Bo zu Florian. Bo zu Florian. Ja, gut. Ach komm schnall. Ach du bist da. Ja, schön, das war es mit dieser Folge, keine Tiere wurden hier gequält, also alles cool, ist nur ein Spiel, liebe Veganer, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.